Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schaftur-Lünder existiert. Hast du irgendwas? Alles klar. Was gibt's, Chief? Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Könnte das nicht etwas warten? Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay. Steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, hab ich alles vergessen. Was gefunden? Wenn's etwas zu berichten gibt, melde ich es. Aufpassen! Hier ist alles voll ab! Wenn's eventuell ist, wie es egal ist. Auhh? Voraus, Team, warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und trittet sie. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Erst für Dominguez die Schatulle und jetzt der Croc wie so im Croft. Auf wen sollen wir hören? Na ja, fauler Buster. Jetzt muss ich alles machen. Überprüft jeden Schatten. Das ist zum Tafel. ... So. 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 Oh, Scheiße. Cardinal Du, wie ist Ihr Status? Prima Six, gesichert. Kappa Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Volk ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliette 3. Komm schon. Ihr Cardinal Du, ich sehe Vorwebenschäden in Juliette 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpeanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch ungestürzte Bäume blockiert. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Euchtecke ist ein Felssturz, Monty. Ich sehe d primera mal wieder. Beاخ shifts, lieber ich deinem Z ascene. Ich sehe, dass du von Dir langen fragst. Ich lau, was das nicht schön ist. Was echt nicht so gebaut? Ich stege, Dich? Die Zeit erst läuft jetzt von mir. Ich thripe über Rabbanagare. Immersaugze. Chelten, ich bin gew Gardens. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorweben. Wie fühlt sich das an für all diese Katastrophen? Verantwortlich zu sein. Für all das Leid. Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben. Richtig? Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentleman. Ich gehe voraus. Ich habe was. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt was Licht oder was? Ich kriege sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt hört sich diese Hektik? Rourke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeile mich. Ich glaube, ich sehe was. Kannst du, dass Rock's Alarm echt ist? Absolut. Er ändert die Befehle nur dann, wenn er sicher ist, dass sie hier ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie hat schon zu viele von uns ausgeschaltet. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Hoffentlich sieht irgendjemand was. Cut! Wo bin ich das? Verdammt, Männer, benutzt die Brillen. Findet sie! Verdammt, Traf. Nagenzern. Siehst du jemanden? Hier ist nichts. Ich werde sie kriegen, das schwöre ich. Wenn sie sich verstecken. Wenn ihre Deckung, ihre Körperwärme nicht komplett abschirmt, sehe ich sie. Die Jungs waren nicht unversichtlich. Ist doch unheimlich genug, etwas in diesen Ruinen im Dunkeln zu suchen. Bei der Jagd mit meinem Dad war es immer genauso. Nur, dass die Ruinen gruselige Baumstümpfe waren. Okay, hast du Hinweise? Keine... Hey, die Überprüfung läuft. Die Zentrale versteht gerade keinen Spaß. Die Zentrale ist nervös. Da kommt sicher gleich wieder. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Hey. Das ist doch nichts. Das wird ich ausreiten. Das ist genau so gut aufgeben. Sichert mich. Ich klär das. Er ist immer noch da draußen. Wir entfüßen und wischen. Ich übernehme diesen Bereich. Dort vielleicht? Vielleicht dort. Scheiße, Mann am Boden. Verstanden. Waffen bereit halten. Verflucht. Ich seh mich lieber mal um. Sie hat sich getarnt. Ziel in Sicht. Ich kann es nicht glauben. Was? Was? Wegen wir es zu Ende! Lara, bist du okay? Panastasia-Beben? Ich bin bei einer Hörer, Finnery. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Ich bin bei einer Hörer. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir Ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt es gehört. Gehen wir es an. Set up! Verwinkert! Wer hat den Verstand verloren? Was ist mit ihm passiert? Wählt alles auf den Kopf. Ich muss herausfinden, was hier vorgeht. Suche einleiten. Gehen wir. Scheiße! Was zum Teufel soll die Scheiße? Möglichst dicht zusammen. Himmel! Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Lose Rautenformationen. Regnen uns mal auf. Suche läuft. Bitte bestätigen. Ich sollte mal da nachsehen. Bleibt möglichst dicht zusammen. Scheiße! Ich bin verdäht. Ich bin verdäht. Ich bin verdäht. Zielwicht! Wartet mal kurz. Dart位置 ist abkommen. Du bist hier! Kommt auf! Die Flügel ist nicht mehr so, dass du dich anzuprobst, oder? Die Flügel ist nicht mehr so, dass du dich nicht mehr so gut bist, oder? Die Flügel ist gefallen! Pauli, sichert mich. Ich kläre das. Ich muss sie finden. Scheiße. Dort vielleicht. Ich wusste, du hast diese Scheiße nicht drauf. Bereich sieht okay aus. Die sehen wir wieder. Bereich halten. Sieh! 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 Lieber mal an. Verdammt, die Macht jagt auf uns! Ich muss rausfinden, was hier läuft. Von mir aus kannst du auch weglaufen. Feuer! Ich wechsle die Station. Haltet sie auf! Kriegen wir es hinter uns. Hast du eine Ahnung, wer wir sind? simpliste, wenn wir sind. Ich wechsle das nicht Beauisations. Ich wechsle sie. Ich geh nicht weiter. Ich wechsle internationale seed Emmle. Ich gebe das nicht. Ich Marin, Protocol, CO- Ich bin assignments magnificent. Jonah, Jonah, bitte kommen. Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rook. Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Cardinal 2, ich hab das Ziel erfasst. Chef, sir. Ich bin. Tänk! I.C. Kustatier! Kirti! Hey, baby, don't! Ich kann feuern. Verstanden. Rakete kommt. Manchmal denke ich, dass ich weitermache muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Ich bin die Einzige. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Ich will nicht mehr schützen. Das hier mit Weh tun. Und zwar sehr. Auf dich! Das ist dein Ende! Troth, meine Stimme ist das Letzte, was du je hören wirst. Scheiße! Kaminle 2, noch so ein Treffer verkraften wir nicht! Du kannst dich nicht verstecken! Troth, meine Stimme ist das Letzte. Mene, Mene, Mene! Ich hatte den Zuschlüssel! Ah! Achtung! 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 Ich mach alles nur schlimmer, Jonah. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis, Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Zeichen. 簡isktednun aufzubringen. Musik ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist sie, die Kirche von San Juan Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden